In der Seegärtenklinik haben wir uns darauf spezialisiert, Kieferfehlstellungen zu behandeln. Diese sind verantwortlich für verschiedene Symptome wie Nackenbeschwerden, Rückenbeschwerden, Kiefergelenksbeschwerden, Schlafstörungen, bis hin zum Schnarchen und Depressionen. Bei der Planung dieser Operation berücksichtigen wir nicht nur den Biss, sondern auch die Atemwege, sodass wir bei unseren Patienten ein möglichst optimales, funktionelles Ergebnis erreichen. Die operative Neupositionierung der Kiefer ist verantwortlich für einen optimalen Biss, aber auch und wesentlich verantwortlich für die Befreiung der Atemwege. Die Ergebnisse unserer Operationen werden untersucht durch einen Schlaflaboraufenthalt und Bewegungs- und Haltungsanalysen. Wir konnten bisher aufgrund der Analyse und der Auswertung unserer Daten feststellen, dass es eine positive Veränderung sowohl des Körpergleichgewichts, der Haltung und des Schlafverhaltens eintreten, aber auch, dass der Patient das subjektiv so empfindet.